Elisabeth Rosanagibat bekannt als Lola Montes war eine irische Tänzerin und eine geliebte König Ludwigs I. von Bayern, der sie 1847 zur Gräfin Marie von Landsfeld erhob. Jugend und erste Bekanntheit Elisabeth Rosanagibat wurde 1821 als Tochter eines schottischen Offiziers Edward Gilbert und einer irischen Landadeligen Elisa Oliver geboren. Sie lebte bis zum Alter von fünf Jahren in Kalkutta, wo ihr Vater kurz nach der Ankunft an Cholera starb. Von 1827 bis 1834 wuchs sie erst bei ihrem Stiefvater und dann bei ihrem Stiefonkel in Schottland auf und hatte dann bis 1837 im englischen Beth-In, einem Internat für höhere Töchter-Schulunterricht. 1837 heiratete sie den Offizier Thomas James und ging mit ihm 1838 nach Indien. In Simmler kam es schon 1839 zur Trennung der Eheleute. 1842 kam Elisa Gilbert nach London zurück, lernte dort die spanische Sprache und die spanischen Tänze, was sie bei einer kurzen Spanienreise nochmals vertiefte. 1843 kam sie unter dem Namen Maria de los Dolores Poris Y. Montes alias Lola Montes wieder nach London und gab sich als spanische Tänzerin aus. Sevilla aus. Nach erfolgreichem Debüt am 3. Juni 1843 wurde sie als Hochstaplerin entlafft und floh aus England. Lola Montes zog durch ganz Europa und verursachte durch ihre zahlreichen Affären Skandale, zuerst im thüringischen Reus-Ebersdorf. Am 3. September 1843 tanzte sie vor Friedrich Wilhelm IV. von Preußen und Saint-Nicolasie, die Los Boleros dekadix in Berlin. Danach hatte sie ein Gastspiel in Warschau, das mit Tumulten endete. Aus Reus-Ebersdorf, Berlin, Warschau und Baden-Baden wurde sie ausgewiesen. Nach ihrem Auftritt an der Pariser Oper 1844 erregte sie 1846 in einem Sensationsprozess aufsehen, nachdem ihr Liebhaber, der Redakteur Alexandre de Cherie, in einem Duell erschossen worden war. Auch die Schriftsteller Alexandre Dumas der Ältere und Alexandre Dumas der Jüngere sowie Franz Liszt gehörten zu ihren Verehrern. Die Affäre in München Nach zwei Jahren in der Pariser Halbwelt kam sie am 5. Oktober 1846 nach München, stieg im Bayerischen Hof am Promenadeplatz ab und bewarb sich um ein Engagement als Tänzerin. Weil August von Freys, Intendant der Münchner Hofbühne, sie nicht auftreten ließ, suchte sie den Bayerischen König Ludwig I., auf der sie am 7. Oktober 1846 erstmals empfing. Am 10. Oktober gab sie ein Gastspiel am Münchner Hof und Nationaltheater. Am 14. Oktober hatte sie dort einen weiteren Auftritt. Sie wohnte später im Hotel zum Goldenen Hirschen und dann in einer Privatwohnung in der Theresienstraße. Von ihrer Haushälterin, der als Polizeispitzel angesetzten Frau Desch, wurde sie vergeblich beschuldigt, nachts Studenten empfangen zu haben. Zu dieser Zeit entstand auch ein Porträt von ihr, das sich heute in der sogenannten Schönheitengalerie in Schloss Nymphenburg befindet. Die 2 5J-Jährige war die Geliebte des 60-jährigen Königs geworden, der einen Monat und 10 Tage nach ihrem Auftritt sein Testament ändern ließ. Darin wurden ihr eine Auszahlung von 100.000 Gulden zugesagt, falls sie bei seinem Ableben weder verheiratet noch Witwe wäre. Außerdem sollten ihr bis zu einer Verehelichung jährlich 2.400 Gulden gezahlt werden. Tatsächlich erhielt sie bis 1850 bis zum Ende des Verhältnisses 158.084 Gulden, was nach heutiger Kaufkraft 2,3 Millionen Euro entsprechen würde. Darüber hinaus schenkte ihr der König ein Palais in der Münchner Barer Straße Nummer 7 als Wohnsitz, wo sie im Juni 1847 einziehen konnte. Ludwig besuchte sie dort wie zuvor in den anderen Wohnsitzen oft zwischen 17 Uhr und 22 Uhr. Manchmal empfing sie noch andere Herren, meistens Karrieristen, die sich von ihr ein gutes Wort beim König erhofften. Das Verhältnis wurde schnell bekannt und allgemein missbilligt, als der König verlangte, ihr die bayerische Staatsbürgerschaft zu verleihen. Da ihr einziger Ausweis ein im Fürstentum Reus-Ebersdorf ausgestellter Reisepass war, hielt sein Kabinett vor allem Innenminister Karl von Abel dies für illegitim. Am 11. Februar 1847 baten alle Minister um ihre Entlassung, am 1. März folgte die Entlassung der Minister. Und es wurde unter Schwierigkeiten ein neues Kabinett gebildet. Trotzdem wurde Lola Montesein gebürgert, was in der Theresienstraße zu Tumulten führte. Am 25. August 1847 wurde sie zur Gräfin von Landsfeld erhoben, wegen der vielen, den Armen Bayerns erzeigten Wohltaten. Lola Montes war bei der Münchner Bevölkerung sehr unbeliebt. Sie löste einen Skandal nach dem anderen aus, wenn sie mit ihrer Dogge-Törk-Zigarre rauchend durch München zog. Lola, der der Gedanke einer studentischen Leibgarde gefiel, gelang es, den Senior und weitere Korpsburschen des Korps Palazia München dazu zu bringen, sich ihr unter dem neuen Korpsnamen Alemannia anzuschließen. Von den Münchnern wurde diese als bald verächtlich Lola Mannen genannt. Zum Korps Studenten Peißner nahm sie bald ein sexuelles Verhältnis auf. Ihr Verhalten verursachte einigen Ärger in der Studentenschaft, sodass schließlich alle anderen Münchner Korps die Alemannia anfeindeten. Professoren und hohe Beamte wurden entlassen. Als sie schließlich von einer aufgebrachten Menge auf dem Theatinerplatz erkannt wurde, kam es zu Handgreiflichkeiten und sie flüchtete in die Theatinerkirche, daraufhin verordnete Ludwig I. Am 9. Februar 1848 die sofortige Schließung der Universität bis zum Wintersemester 1848 und befahl allen Studenten, die Stadt binnen drei Tagen zu verlassen. Am 10. Februar 1848 zogen Studenten und andere Bürger vor die Residenz und es kam zu Unruhen in der Stadt. Nach heftigem Protest der Geschäftsleute, Vermieter und Bürger wurde die Universität einen Tag später wieder geöffnet und es erging der Befehl, dass Gräfin Lansfeld die Stadt binnen einer Stunde zu verlassen habe. Sie flüchtete am 11. Februar 1848 in einer Kutsche unter den Augen der aufgebrachten Bevölkerung über Schloss Blutenburg nach Lindau und in die Schweiz. Im Kronrat gab Ludwig am 16. März die Erklärung ab, dass Lola Montesen nicht mehr bayerische Staatsangehörige sei. Am 17. März wurde ein Fahndungsaufruf verlassen. In der allgemeinen Unruhestimmung des Jahres 1848 kam es am 20. März nach einer gerüchteweise bekannt gewordenen heimlichen Rückkehr Lolas. Zur Abdankung des Monachen. Bei ihrer Flucht aus München ergatterte der begeisterte Sammler Graf Maximilian von Arko Zinneberg einen Zigarettenstummel von Lola Montes, den er zur Erinnerung beschriftete und der heute im Münchner Stadtmuseum gezeigt wird, spätere Jahre. Lola Montes lebte nun in der Schweiz, wo sie sich ein Wiedersehen mit Ludwig erhoffte. Die zahlreichen Briefe zwischen Lola Montes und Ludwig zeigen, dass sie mit Ludwigs Geld in unerhörtem Luxus lebte. Zwischenzeitlich ließ sie sich auch noch mit Auguste Papun ein, der versuchte Ludwig zu erpressen. Als Ludwig schließlich von Peisner von dessen Affäre mit Lola Montes erfuhr, kühlte das Verhältnis sehr ab. Beide schrieben sich aber immer noch Briefe, in denen es Lola Montes hauptsächlich darum ging, weiter Geld zu bekommen. 1849 kehrte sie nach London zurück. Erst nach ihrer dortigen Heirat mit einem jungen britischen Offizier namens George Trefford hielt Brach Ludwig die Beziehung zu ihr ab. Da ihr erster Ehemann noch lebte, wurde sie wegen Bigamy angeklagt und musste aus England fliehen. Sie reiste mit ihrem illegitimen Gatten, von dem sie sich aber bald im Streit trennte, zum Mittelmeer. Nach einem neuerlichen Versuch in Paris und Belgien vor Publikum mit ihren spanischen Tänzen aufzutreten. Unter Veröffentlichung ihrer Memoierung in Les Peis ging sie 1851 in die USA. Am Broadway trat sie 1852 in der Theater Revue Lola Montes in Bavaria auf, worin sie sich selbst spielte. Bis 1853 tourte sie an der Ostküste, dann ging sie im Mai nach San Francisco. Im Juli 1853 heiratete sie Patrick Hull und ließ sich im August in der kalifornischen Goldgräberstadt Grass Valley nieder. Ab 1855 hielt sie sich im Rahmen einer Tournee in Victoria, Australien, auf und unterhielt dort unter anderem Goldgräber mit ihren Darbietungen. Dabei eröffnete sie mit einer Vorstellung 1856 die Kasekundentheater Royal in der Goldgräberstadt Kassel-Main. 1857 kehrte sie nach New York zurück. Montes machte sich in Amerika und Großbritannien zuletzt einen Namen mit Lesungen, die ihr ein geordnetes finanzielles Auskommen ermöglichten. Sie schrieb Schönheitsratgeber, engagierte sich für gefallene Mädchen und wurde unter Einfluss des protestantischen geistlichen Chalchon-Cybur zur bekennenden Christin. Nachdem sich schon im Sommerschlag an verlehnliche Symptome gezeigt hatten, zog sich die 39J-jährige Weihnachten 1860 eine Lungenentzündung zu und starb drei Wochen später. Ihr Grab befindet sich auf dem Greenwood Cemetery in Brooklyn. Schriften Memoieren H.R.S.G. von A.P.P.O.n unter anderem Scheible Stuttgart 1849 Neuere Ausgabe Memoieren Der Lola Montes Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Kerstin Wilhelms Zwei Bände Frankfurt M. The Arts of Beauty or Secrets of a Lady's Toilet With Hence To Devilman on the Art of Fascinating New York 1858 Anedotes of Love Being a true account of the most remarkable events connected with the history of love in all ages and among all nations. New York 1858 Lola Montes als Motiv der Kunst Film Lola Montes 1918 Regie Robert Heimann mit Leopoldine Konstantin als Lola Lola Montes die Tänzerin des Königs 1922 mit Ellen Richter in der Titelrolle Lola Montes 1955 Deutsch-Französischer Film Regie Max Obhüls mit Martine Karol, Peter Ustinov und Adolf Wohlbrück Bühne Zauberin Lola Operette von Eduard Könnecke, Alfred Brieger und Sigmund Graf Uraufführung Bacanale Ballet 1939 von Leonide Massine Lola Montes Ballet 1946 von Edward Ketten Lola Montes Drama per Musiker 1972 von Peter Kreuder und Maurus Pacher Belletristik Cecil Saint Laurent von Glück und Trauer trunken Verlag der europäischen Bücherei H. M. Hieronymi von 1956 Musik Die dänische Band Volbeat veröffentlichte im April 2013 auf ihrem Album Outlaw Gentleman und M. Shady Ladies das Stück Lola Montes Die Single wurde in Dänemark mit einer goldenen Schallplatte ausgezeichnet Ausstellungshalle Kunstverein Familie Montes mit gleichnamiger Ausstellungshalle in Frankfurt am Main Miss OutICES Musik 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 Vielen Dank.